Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Im heutigen Video geht es um die vier Faktoren, die aus interessenten Kunden werden. Ja, herzlich willkommen, wie schon eben gesagt, geht es heute um die vier Faktoren, die aus interessenten Kunden werden und ja, das Video ist ein bisschen spontan und ich habe mich da jetzt auch gar nicht groß drauf vorbereitet, sondern es sind einfach so die vier Schritte, die ich so aus meiner Erfahrung ja weitergeben kann. Letzten Endes geht es einfach darum, ja Informationen an deine Zielgruppe weiterzugeben, Beziehungen aufzubauen, Angebote zu unterbreiten und dann dementsprechend ja die Leute zum Handeln aufzurufen. Und wenn wir uns das einzelne Mal genauer anschauen, dann stellen wir einfach fest, ja bei dem Thema Informationen, die Menschen nutzen ja das Internet eigentlich nur, weil das sind eigentlich nur zwei Punkte zum einen Entertainment, also Unterhaltung, ja das sind die Social Networks, Facebook, YouTube und wie auch immer. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, also ich nehme das jetzt einfach so als Überbegriff, das ist so das Thema Informationsbeschaffung. Also wenn Menschen ein Produkt kaufen, dann suchen sie nach Erfahrungsberichte zurück, Rezensionen, ja vergleichen vielleicht auch noch Produkteigenschaften. Das heißt, sie schauen einfach, okay, ist das was ich kaufen will, quasi gut für mich. Und andere Arten von Informationen sind zum Beispiel halt auch, wenn ich irgendein Problem habe, ja wie kann ich dieses Problem lösen, ja und das ist einfach so, was ich da damit meine, mit dem Thema Informationen. Und jetzt ist es halt von entscheidender Bedeutung, dass du, wenn jemand die Suchmaschine aufbucht und es ist ein potenzieller Kunde von dir, dass du dann natürlich auch gefunden wirst. Ja und deswegen ist es wichtig, dass du deine Informationen ja dementsprechend bereitstellst. Orientiere dich da einfach dran, ja wer bist du, was machst du, wieso, ja weshalb, warum. Ja, so kannst du dich einfach da mal dran orientieren. Und dann ist ein ganz wichtiger zweiter Schritt das Thema Beziehung aufbauen. Beziehung aufbauen ist deshalb so wichtig, weil es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob du jetzt online arbeitest, ob du offline arbeitest, egal ob du jetzt Telefonakrise bedreibst, direkt Kontakt, ob du ja online eben deine Kunden gewinnst. Letzten Endes geht es darum, dass du es schaffst, eine Beziehung zu der Person herzustellen, die dir vertraut. Ja, wenn du zum Beispiel telefonisch deine Termine vereinbarst, dann gilt es, so viel Vertrauen aufzubauen, dass die Person ja zu einem Termin sagt. Wenn du vielleicht direkt Kontakt machst, dann heißt, du musst so viel Beziehung aufbauen im ersten Schritt, dass die Person vielleicht dir ihre Telefonnummer gibt und du sie dann wieder telefonisch kontaktieren kannst. Wenn du das über E-Mail-Marketing machst, dann gilt es der Person, die richtigen Informationen zukommen zu lassen. Ja, einfach um Vertrauen zu denken, dass die Person merkt, ey, das ist jemand, der meint es gut mit mir und dieser Person will ich vertrauen. Und je größer deine Fähigkeiten sind in den einzelnen Bereichen, wenn du es hervorragend schaffst, Beziehungen aufzubauen, dann wirst du, wenn es um das Thema Kundengewinnung geht, eigentlich keine Schwierigkeiten haben. Ja, weil die Menschen kaufen nicht irgendein Produkt, sondern sie kaufen den Nutzen, aber sie kaufen erst dann, wenn sie glauben, dass es gut für sie ist. Und wenn du es schaffst, den Glauben an die Person zu vermitteln, ihr quasi diesen Glauben zu geben, dass die Person sagen kann, ja, das ist gut für mich, dann wird sie den Kauf auch machen. Du kannst die besten Argumente nehmen, du kannst das beste Fachwissen haben. Wenn dieser Glaube nicht da ist, wird die Person nicht kaufen. Vielleicht kauft du sogar eher ein ganz anderes Produkt, was viel schlechter ist als dein. Und dann ein dritter Faktor ist dann das Thema Angebot. Ja, dass du eben ein Angebot unterbreitest, was einzigartig ist. Weil wenn es nicht einzigartig ist und vergleichbar ist, dann gilt immer das Thema Preis. Ja, also wenn du vergleichbar bist, dann werden die Menschen immer schauen, dass sie das Produkt mit dem günstigsten Preis kriegen. Ja, wenn zwei Tankstellen nebeneinander sind, ja, dann geht man meistens zu der Tankstelle, ja, die eben günstiger ist, weil es ist einfach gleich. Ja, ob ich jetzt den Sprit von der Tankstelle nehme oder von der anderen, ja, ist für mich als Verbraucher letzten Endes erstmal irrelevant. Also deswegen Angebot unterbreiten, was im besten einzigartig ist. Und dann, was ich immer wieder sehe, dass keine Call-to-Actions verwendet werden, ja, dass keine klare Handlungsaufforderungen da sind, ja. Eine Handlungsaufforderung ist zum Beispiel, wenn dir das Video jetzt gefällt, dann klick unterhalb des Videos und gib mir ein Like oder was auch immer, ja. Oder kauf dieses Produkt oder trag dich in meinen Newsletter ein. Und das wird, also ich sehe das oft, dass das einfach viel zu wenig verwendet wird. Aber man muss gerade im Internet eben den Menschen sagen, was als nächstes ja auch zu tun ist. Okay, also wie gesagt, das sind so diese vier Faktoren, um die es geht. Und die kannst du eigentlich so als Gerüst für, ja, für nahezu alles verwenden. Ja, ob du jetzt einen Verkaufstext für eine Webseite gestaltet hast, ob du ja ein Angebot per E-Mail verfasst. Wenn du dich so grob daran orientierst, ja, dann ist eigentlich sichergestellt, dass du alles liefst, was eine Person braucht. Und jetzt gibt es natürlich auch noch ein paar Tools, ja, die man dazu braucht. Gerade zu dem Thema Informationen und dass du im Internet überhaupt gefunden wirst, gute Rankings kriegst du dann auf jeden Fall, dir da einfach einen Blog aufzubauen, ja. Wenn du dich mit der Technik nicht auskennst, dann such dir eine Lösung, die quasi schon dieses Technikproblem eliminiert. Ich nutze dazu zum Beispiel die Calato Blogging Plattform. Ich werde dir den Ding einfach unterhand des Videos ja bereitstellen. Zum Thema Beziehungaufbau. Also ein Blog ist eben deswegen deshalb wichtig, dass du gut gefunden wirst, ja, dass du ja deiner Zielgruppe die Informationen präsentierst, die sie brauchen. Und dass du eben auch eine Beziehung aufbaust. Und das funktioniert ganz hervorragend in Kombination mit E-Mail-Marketing. Du könntest zum Beispiel regelmäßig, ja, wenn du einen Blogartikel erstellt hast, den an deine Liste mailen und könntest die Leute quasi wieder auf deine Blogartikel schicken. Das heißt, du hast sofort Traffic auf deinen Artikeln und kannst dementsprechend weiter deinen Expertenstatus innerhalb deiner Interessenten weiter festigen. und kannst dementsprechend die Beziehung aufbauen, die du brauchst, damit dann später eben die Leute dann auch kaufen. Und wie gesagt, Angebotserstellung und Call-to-Action halt nicht vergessen. So, für das Thema E-Mail-Marketing beziehungsweise Interessentengewinnung, Lead-Capture-Site aufbauen, da stelle ich dir auch nochmal einen Ton unterhalb des Videos zur Verfügung. Das sind so die zwei Tole, die du brauchst, wenn du im Network Marketing ja online arbeiten willst. Und wenn du noch Fragen hast, dann stehe ich dir natürlich da auch gerne zur Verfügung. So, das war jetzt ein bisschen spontanes Video. Ist glaube ich auch ein bisschen länger gegangen, als ich es eigentlich machen wollte. Aber ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video ja ein Stück weit weiterhelfen. Wenn es so ist, wenn du das Video gut fandest, dann würde ich mich freuen, wenn du unterhalb des Videos ja einfach mal den Like-Knopf drückst oder den Daumen hoch oder wie auch immer. Und ja, wenn noch was ist, wenn du Fragen hast, dann setz dich doch einfach mit mir in Verbindung. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt alles Gute. Maximal Erfolg und schönen Tag. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.